hallo und herzlich willkommen meine freunde zu einem let's play minecraft mit mir eurem basu hd und wir starten ja gleich mal übrigens meine allererste folge minecraft ich überhaupt hochladen werde super wir sind in einer schneewelt was ich natürlich nicht so allzu toll finde wen es interessiert meint ist von flows 128 pixel texture pack und ja ich werde in die video beschreibung sein machen es ist jetzt für die 1.6 war draußen aber noch nicht für die 1.6.2 die ich zurzeit verwende je nachdem ist aber nicht wirklich was geändert wurden also ich habe jetzt noch keine unterschiede gemerkt also bei mir waren das noch nichts irgendwie was nicht richtig geladen werden konnte durch das texture pack ich glaube das ist so dass die 1.6.2 ich weiß gar nicht was da genau verändert wurde voller 1.6.1 auf die 1.6.2 ok und ich versuche jetzt mal weit weit weg vom spawn zu gehen weil irgendwie gefällt mir das beim eis ja nicht schnee und so geil da sind ja schon schafe können wir uns dann ein bett bauen so wäre immer so gesagt mobil weil das bohren sich ändern kann so wir wollten schafe kloppen dafür mache ich mir erst mal falsche feuer aber craft box hier schon mal acht so mal ein bisschen stein holen so jetzt geht es euch schaft schafen ans fell so unnötig schafe töten ja komm ja kann uns gleich ein doppelbett bauen oder mindestens eins mitnehmen beziehungsweise wolle aber hier ist ganz schön viel scharf aber ja komm töten wir alle weil dann habe ich schon mal wolle auf jeden fall weil wir werden das Physiananızえっ ein bisschen verziehen hier 没有 doch dabei wir haben der unteren dieser den intensivenrible den ignoreden der unteren unter den unteren den tüchten deden du kannst dich da noch Fort ich sollte nicht so viel laufen weil ich habe nicht so viel zu futtern eigentlich gar nichts aber ich brauche Holz auch mann wir mussten auch unbedingt in so ein Dings hier spawnen das war die Schneewelt oh da ist es schön warm da ist Lava so also ich suche jetzt eigentlich schon also wenn das jemand sieht der auch was mit YouTube zu tun haben möchte oder der auch Minecraft spielt ich lade ihn gerne dazu ein mit mir ein together zu starten das heißt dass wir zusammen ein Minecraft let's play machen was wir denn keine Ahnung alle zwei Tage oder täglich raushauen je nachdem wie das mit der Zeit ist wie das hier wie wir beide Zeit haben denn und ich würde den Server bereitstellen ich würde TeamSpeak oder wir machen das über Skype würde ich alles also beim TeamSpeak würde ich den bereitstellen falls wir mehrere Leute sind der eine kein Skype hat oder so ähm einfach nur mal bei mir melden und dann können wir mal gucken ob wir irgendwie let's play oder so raushauen können weil so alleine zucken bringt zwar schon Spaß ne aber ich zocke auch gerne mit anderen Leuten die es auch mit mir wirklich durchziehen würden das ist ja mit dem so der halt ja nicht immer auf alles bock oder sehen wir schon mal unser erstes fleisch ich weiß ganz schön viel Schnee hier ne noch mehr Kühe noch mehr Kühe so die treten ja in Horden auf hier nein ähm na toll kein Stein mehr naja komm warte okay da und die die So. So, weiter geht's mit Kühe schlachten. Ja, ich hoffe, dass... Wird sich gleich mal... Oh, da ist eine Höhle, da gehen wir gleich mal rein, würde ich mal sagen. Also, was ich sagen wollte, ich hoffe, das ändert sich bald mit den... Mit dem Schnee. Ich würde jetzt mal jede Kuh hier schlachten, die hier so dumm rumläuft. Oder auch steht. Alter, sind das viele. Hier wäre es mal in die Höhle rein, würde ich ja sagen. Ähm... 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 Das war's für heute. Ich würde ja gerne mal Kohle finden, ne? Aber, warte mal. Das gefällt mir eigentlich. Baue ich hier doch mein Haus? Warte mal. Ist hier noch was zu holen? Außer ne fucking Spinne, die mich angreift. Kohle! Da läuft die nächste Spinne. So, was wollte ich mir denn jetzt bauen? Achso. Komm, mach her, ne? Äh, Kohle, da. Ey, alles rein. Ah, ne, stimmt. Ah, ah, ich bin ja so blöd. Das ist ja nur, ich wollte Eisen brennen. Genau so war das. Hier, so. Und aus dem Kohlen wollte ich ja gleich schon... So, können wir noch was gebrauchen? Nö, erstmal nicht, ne? Ähm, das reicht erstmal. Am Arsch, ich hab die doch gerade eben gesehen. Wow, das sind zwei, okay. Oh nein, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Äh, du kriegst mich nicht. Äh, du kriegst mich nicht. Äh, du kriegst mich nicht. Ihr bleibt unten hier. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, ich muss mich da erstmal ein bisschen einrichten. Okay, ich finde, hier baue ich mein, das ist so gesagt, mein Haus. Weil das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, egal. Oder? Nö. Ach da, so. Oh. Okay. 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 Ach, ich Idiot. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht.